Ey, ohne Witz, wir sind einfach rich. Oh, Katana. Das Katana. Holy moly, gleich erstmal ausrüsten. Gleich erstmal ausrüsten. Ich hab Essen auf den Herd gelegt, wer Hunger hat, ne? Ah, ist das nicht die Machete? Oder ist das auch eine Machete hier? Hab ich was verpasst? Nee, ich meine das Katana. Achso, okay. Wir haben das Katana gefunden, liebe Freunde. Jetzt ist Max mal los. Kann man das Katana eigentlich auch erhöhen? Nee, ne? Doch, vergiften kannst du es. Vergiften? Was? Du kannst es vergiften. Aber du kannst nicht mit Federn uns upgraden, sehe ich gerade. Nee, das nicht, aber du kannst es vergiften, was ja auch ganz nice ist. Wie macht man das? Mit den Giftpilzen wahrscheinlich, ne? Mit Giftpilzen, mit den Gift... Das ist temporär. Ja, das geht irgendwann wieder weg. Ja, besser ist das. Aua! Oh, Serkrit. Ich wollte euch immer schon hintergehen. Wer Hunger hat, isst, bevor es verbrennt. So, äh... Ja, also ich bin eigentlich auch voll. Ja, ich muss das nur... Ich hab's nur mit draufgelegt, bevor es schlecht war im Inventar. War noch von dem Ring, ob ich geschlachtet hab auf dem Weg. Kann ich noch irgendwas... Ich könnte jetzt zum Beispiel gucken, dass ich vielleicht noch ein paar Bomben herstellen kann. Ich hab jetzt hier ordentlich Sachen... Ich brauche Klebeband. Kann nicht Bomben herstellen. Echt, hast du nicht genug bekommen dabei in der letzten Runde? Weil ich bin jetzt full, was das angeht. Ja, dann würde ich sagen, weiter. So, Benzin für die Motorsäge, die wir noch nicht haben. Hehe. Lul. Die kommt aber jetzt hier dahinter irgendwo, oder? Weiß ich nicht. Von da sind wir gekommen, ne? Was ist hier? Da geht's nicht weiter, glaube ich. Nee. Okay, geht's weiter. Gab's hier irgendwas zum Angucken? Nee, ne? Mhm. Okay, gut. Rings. Einfach Tattoo. Das ist... Achso, das ist von seinen Armen. Lol. Von seinen Armen, das Tattoo. Hat man einfach so aufgespießt und ausgestellt. Ist sie... Für die Ewigkeit. Nice. Noch eine Taschenlampe, okay. Energy. Aber irgendwo ging das hier doch noch lang, oder nicht? Hier, oder? Nee. Nee. Ja, dann, äh... Was? Das, glaube ich, mit der Höhle. Ich glaube, dann sind wir fertig. Weiß ich nicht. Ging es nicht noch irgendwo anders lang? Von da sind wir gekommen, wo du jetzt bist. Aber wir können auch gucken. Wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht. Aua. Macht das eigentlich wirklich Schaden? Nee, ne? Team-Schaden gibt's ja nicht, glaube ich. Ups. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber hast du nicht Kirid letztens umgebracht? Nee. Dynamit. Kirid hat mich umgebracht, glaube ich, mit Dynamit. Weiß nicht. Okay. Ich behaupte, das ist eine Lüge. Ich glaube, das ist falsch. Aussage gegen Aussage. So, äh... Irgendwo hier rechts ging es, glaube ich. Genau. Von da sind wir gekommen, glaube ich. Ja. Lass mal sonst hier gucken. Hier waren wir aber. Hier haben wir alles komplett gelootet. Hier haben wir auch keinen anderen Gang, den wir noch nicht hatten. Können wir mal gucken, aber... Hier hatten wir schon alles. Ich weiß, wo wir als nächstes sonst reingehen können. Weil wir haben jetzt die Kletter-Axt. Dann können wir als nächstes da an Wasser, weißt du? Wo denn die ganzen Gruzifixe und so waren. Da können wir als nächstes sonst rein. Weil wir jetzt schwimmen können? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir brauchen die Kletter-Axt auf jeden Fall da. Und schwimmen weiß ich nicht. Da bin ich noch überfordert. Aber ich glaube, da gibt es die Kettensäge. Oder den Bogen. Eins von beiden. Kettensäge oder Bogen gab es da. Was cool ist auf jeden Fall. So, die machen wir überall. Aber jetzt haben wir die Karte. Jetzt wird es auch aufgedeckt. Ja, dann... Laufen wir da nochmal lang, oder wie? Ne, wir können da nochmal lang, bei dem, wo es die Kletter-Axt haben. Mir ist es egal. Ich glaube, hier, wo ich bin, war das mit der Kletter-Axt. Warum sind die noch zu? Aber die Koffer sind hier im Zug. Weiß ich nicht. Wir waren hier schon. Aber Koffer setzen sich eigentlich nicht zurück, oder? Ne, ne. Schon richtig so. Die setzen sich nicht zurück. Also, der Inhalt ja, aber die schließen sich ja nicht. Ja, eigentlich schon. Ey, Lia! Oh, ich bin jetzt... Warst du langsam. Habt ihr einen Ball zugespielt? Hast du nicht gefangen, leider. Ja. So ein Ding ist das. Okay, wo geht es hier lang? Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Oh, bist du drin, ne? Er ist drin! Oh, Lost Ark, let's go! Nach drei, vier Stunden? Ich glaube... Oh, hä? Hier waren wir noch nicht. Lol. Äh... Okay. Dynamit? Hä? Hä, doch. Hier waren wir doch. Ich kann's sagen. Ich bin in der Meinung. Hier waren wir schon. Lol. Ist wieder raus. Mehr nicht. Genau. Richtig. Hier waren wir schon. Aber gut, jetzt denken wir es halt auf. Vielleicht, weiß ich nicht. Back oder so. Keine Ahnung. Hm. Lul, ich dachte kurz. Hm, hm. Host Connection lost. Oh, Licht ist ausgeladen. Haben wir genug Stöcke mit, dass wir hier vielleicht speichern können, bevor wir nochmal das bei, äh, die Machete, äh, hier, das Katana nochmal holen müssen? Ähm, können wir ja machen. Also, dann, äh, genug Stöcke haben wir auf jeden Fall. So ein kleines Zelt aufstellen. Ja, genau, dass man speichern kann. Dann lass mal eben hier machen. Ähm. So, kleines Blätterzelt. Ja, ich glaube. Blätter mehr genug. Ja, ja, genau. So, dann einmal, äh, C für speichern. Genau. Dann speichern wir mal die Höhle hier. So. Hauptsache, der Schädel hier verbraucht Blut, Alter. Oh, Entschuldigung, Lia. Das war diesmal keine Absicht. Genau, und hier waren ja, äh, Mutanten hinter. Ja. Glaube ich. Äh? Da ist noch ein Gegner. Lol. Ah, seit wann setzen die sich denn zurück? Ne, 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 die setzen sich eigentlich nicht zurück. Ja, eben deswegen. Deswegen frage ich mich ja. Aber wir waren hier definitiv schon. Wir waren hier definitiv schon, also da bin ich mir ganz sicher. Lass mal rechts gehen, na. Ja, genau. Aber, hä? Also eigentlich setzen sie sich nicht zurück. Dann ist das neu sonst, ne? War das, äh, ey. Die machen noch nichts mehr an dem Spiel. Das ist, äh, strange. Dr. Strange. Echt so. Guck mal, hier geht's hoch. Da hinten waren wir auch schon. Da geht's komplett hoch. Da kommt man raus. Genau. Wir waren hier definitiv schon. Guck mal, die Leichen. Seht ihr die auch baumeln? Ja. Läu. Läu. Ist auch alles zu. Guck mal, kann man immer noch nicht aufheben. Das war schön, Alter. Das mitnehmen wir. Nice. Ich mein, ich hab' nichts dagegen. Stoff ist immer gut. Ja, stimmt. Aber es ist halt verwirrend, weil wir hier definitiv schon waren. Das stimmt. Aber, puh, ja gut. Loot ist immer nice, aber, hm, strange. Gut, ist, äh, Sackgasse halt, ne? Na, Stoff ist echt immer nice to have. Genau. So, wo geht's jetzt lang? Äh, zurück, würde ich sagen. Aber war noch, äh, also, entweder wir gehen hier hoch, oder wir gucken noch den anderen Weg wegen der Höhle erforschen, weißt du, mit der Karte. Ja. Ich seh' nix mehr. Lass uns noch mal bei der Axt, du, wir wollten noch bei der Axt da lang, oder so. Oder nicht? Meinst, äh, bei der Kletter-Axt? Ja, ja, oder nicht? Ich seh' nichts, ich seh' gerade nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe, so. Äh, ja, hier ging's lang. Ist schon richtig so. Gut. So was snacken, ja. Runter! Rüstung. Ja. Alle weg. Mhm, 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 mhm. Ich folge dir, Kirit. Oh, Schritt und Tritt. Äh, äh. Immer dieses Donker, wa, Kirit? Ja. Ich knall dich ab. Ich knall dich ab, du, ich weiß alles über dich. Ja. Hm. Oh, nix. Stimmt, rechts sind wir noch nicht komplett lang. Wir haben die noch nicht gecleared, glaub ich. Weiß nicht, war nicht, äh, da. Neben dir, Kirit. Habt ihr den hier? Der hat ne kleine Beule. Ich glaub, hier sind wir nicht gerade ausgelaufen. Oder? Ich glaub, keine Ahnung. Immerhin hab ich noch Pistolenmunition wiedergefunden. Noise. Ja. Was ist hier? Eigentlich hat er mir aufgesprengt. Ja, loi. Also, offen ist es noch. Offen, offen ist es, ja. Hm. Äh. Äh. Das ist wie hoch. Kurz gucken. Kurz mal erforschen hier. Bühlenforscher machen wir jetzt. Uff. Uff. Oh, wieder Patron. Jetzt nochmal durch. Jetzt nochmal Muni. Für die Gang. Hm. Hier sind wir beim Wasser. Ah, genau. Hier ist das mit der Kletteraxt. Hier finden wir noch die Kletteraxt. Ah, guck mal. Hier ist nicht neu gespawnt. Hier waren auch Gegner letztes Mal. Genau. Ah, dann brauchen wir hier nicht weiter, ne? Hier sind wir auch eh nicht weitergekommen, glaub ich. Wenn ich mich nicht täusche. Na? Ja. Dann, äh, lass hier nicht weiter. Dann ist, glaub ich, da hinten und konnte hier wieder hoch. Nee, dann brauchen wir da nicht. Ich guck mal eben kurz wegen der Map. Aber konnte man hier unten nicht tauchen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich wiss es nicht. Es sieht nicht so aus. Ich denke nicht. Hm. Ich erinnere mich nicht, dass es so war. War nur ne Frage, hätte ja sein können. So, ich würd hier tatsächlich wieder hochgehen und nicht da oben. Weil, ich glaub, den einen Weg haben wir nicht genommen. Den einen geradeaus, nämlich. Bin ich der Meinung. Ja, wir sind zur Kletterachse und sind dann einfach weiter, weil wir ja dann nicht mehr zurückkamen oder so. Ja, richtig. Genau. Und ich würde gerne, ich glaube, zu wissen, dass wir da nicht langgegangen sind, den einen Weg. Weil da sind noch ganz viele Gegner und da geht's, glaub ich, noch weiter. Würd ich gerne nochmal gucken. Ja. Los, 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 los. Ho, 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 ho. Geschafft. Bauchmuskeln. Bauchmuskeln, die Regeln. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Geschafft. Erstmal einen Energy trinken. Erstmal so. Oh, ey, geil. Ich bin gleich viel besser. Im Weg. Oh, nice. Ich glaube, hier sind wir eigentlich langgegangen. Hier. Oder? Oh, da sind wir, da sind wir im Kiegt, ne? Ich seh ihn nicht. Scheiße. So, sei still, leg dich hin. Dann hau ich nochmal drüff hier. Bäm. Und töd. Oh, ich kann... Warte mal. Scheiße. Genau, hier waren wir nicht. Hab's auf. Hä? Ja, moin. Da ist bestimmt Hailu drinne. Da, wo wir nicht rankommen. Nois. Hier ist die Kettensäge. Ja, sag ich doch. Wir waren hier nicht. Easy. Ich hab die Kettensäge. Warte mal. Okay. Okay, sorry. Das ist so ein Männerding gewesen, glaube ich. Ja, okay. Ja, wait. Hier ist ein Seil. Sonst können wir hier nix aufsammeln. Hier ist nur ein Seil jetzt. Nur ein Seil. Jetzt nicht weiter. Ach doch. Ein Seil zum hochgehen. Okay, okay. Jetzt habe ich doch ein Seil. Ja, aber ein Seil ist Seil. Zum duken, weißt du? Da dachte ich. Ach, die... Ich dachte... Ach, die... Ich bin hier maximal los. So ein Ding ist das, Lia? Hm. Okay. Okay. Motz haben immer recht. So ein Ding ist das. So. Sieht aber interessant aus dabei, Lia. Die Richtung. Hier kann man tauchen. Kletter Axt. Was? Wo kann man tauchen? Ja, bei Kirit, glaube ich. Lass mal tauchen, lieber, oder? Oder klettern. Ja, ist egal. Naja, tauchen kommen wir eher wieder zurück als... Okay, wir kommen eh ja zurück. Ja. Wir kommen ja eh zurück. Ja. Hier ist ein Kopf, glaube ich. Oder was ist das? Lampe? Kopf. Ui. Nice. Kopflampe. Äh. Äh. Ich weiß ja nicht. Aber... Ich sehe keinen Weg. Ich sehe... Eine Sackgasse. Die Atemluft. Das war ein Satz mit X. Das war ja wohl nix. Ich habe einen neuen Eintrag auf meiner To-Do-Liste. Faxi. Hey, da hast du mich hier aber hops genommen, würde ich sagen. Da hast du mich hops genommen, Faxi. Wieso habe ich denn einen neuen Eintrag auf meiner To-Do-Liste? Weiß ich nicht. Schwierige Frage. Kann ich nicht beantworten. Wo ist denn die To-Do-Liste? Ähm... Ah, da. Erkunde Wasserfallhöhle. Wasserfallhöhle? Das ist aber keine Wasserfallhöhle. Nee, wollte ich gerade sagen. Hier ist doch nichts. Null. Achso, scheiße. So, oder? Was sagst du? Das habe ich hier bekommen, als ich hier rausgegangen bin. Oh, da ist nichts. Ich habe hier alles nochmal durchgeguckt. Doch, ihr seid in der Wasserfallhöhle. Okay. Achso, okay. Okay, also kommt später wahrscheinlich noch was, ne? Achso, gut. Gut, gut. Dann machen wir das mal. To-Do-Liste erledigen. Let's go. Aber warte mal, habe ich denn den Eintrag auch bekommen? Muss ja. Ich möchte. Äh... Doch, erkunde Unterwasserhöhle. Nee. Das ist sie gar nicht. Habe ich nicht bekommen? Muss ich nochmal irgendwie tauchen da, oder? Wie hast du die bekommen? Weiß ich nicht. Ich bin einfach gelaufen. Also, ich bin einfach nur geschwommen wie ihr. Mehr habe ich nicht. Vielleicht hat sich das bei mir letztens nicht aktualisiert, oder so, oder? Keine Ahnung. Strange. Aber hier geht es nochmal zum Tauchen. Strange. Tschüss. Hat uns das System hops genommen, würde ich sagen. Aber, ey, vielen Dank, Faxi. Der Profi hier. Ich bin am Tauchen. Ey. Womit, ihr taucht ja komplett weg, Mensch. Ich bin euch bald nicht mehr wieder. Warte mal. Da. Kleine Axt. Ich sehe nichts. Jetzt start. Hier geht's weiter. Hier geht's raus. Oben. Da. Juckt. So. Habt ihr noch irgendwas gelootet, was wichtig ist? Hier? Nee. Ach so. Und das Bild wolltet ihr nicht mitnehmen? Was für ein Bild? Oh, ein Teil von dem Spielzeug ist hier. Ja, das ist ja Pech jetzt für euch, ne? Also, Retalk. Das war wirklich ein Arm hier vom Spielzeug. Also, jetzt kein Witz. Okay. Erst wollte ich euch pranken, Retalk. Und dann habe ich tatsächlich wirklich was gefunden. Ah! Scheiße. Ach, Schmutz. Ich hasse die Fledermäuse teilweise hier. Oh, der Witz. Ja, dann wirst du... Diesen Sound brauchst du dann wohl drin, ne? Ich glaube, ich werde das mal rausschneiden und tatsächlich reinpacken. Das ist ja schwierig. Ein bisschen Forrest-Spielzeug sein, einfach diesen Fledermaus-Sound. Alter, Schwede. Ich küsse doch Fledermäuse, die sind wild. Ja, also es ist schon zweimal heute Hops genommen worden. Also, ist bei euch eine Sackgasse, sagt ihr? Ja. Na, dann kommen wir raus an die frische Luft, kannst du durchschauchen. Wo ist denn jetzt das Spielzeugteil Fenton? Beim Lagerfeuer, Link. Ah, Kiel hat es schon gefunden. Okay. Ich bin gar nicht mehr da. Ich will nur kurz die erkunden, ja? Eine Sekunde. Da geht es halt zu einem See raus. Ich weiß nicht, wo das ist. Nein, ich muss da einmal hin. Einmal erforschen. Das ist aber einmal irgendwo links klang, glaube ich. Hast du dich erschreckt, oder was war? Nein. Doch. Nein, komm. Doch. Ich finde hier nichts. Ich weiß nicht, wo ich hier rauskommen soll. Also, jetzt ohne Joe. Da ist irgendwo was mit Atem oder sowas. Ach, Quatsch. Ja, über dir. Irgendwo geht es raus. Über mir? Mein Atem ist gar nicht komplett weg, ja, aber... Ja, dann nimm doch eine neue Flasche, Mensch. Ja, es ist leichter gesagt als getan. Google ist der Update. Explore Red Cave. So. Geht doch mal hoch. So, ähm... Erstmal aufgeladen, ja. Jetzt sind wir hier. Immer noch nicht aufgeladen. Scheiße! So, jetzt. Und essen muss ich. Hier geht es nur raus. Ja. Ja, aber das, äh, ist ja insane, dass du da, äh, dich auch erschreckt hast. Das finde ich gut. Ich habe mich nicht erschreckt. Doch, an der gleichen Stelle, wo ich mich auch erschreckt habe. Safe call. 100 Prozent. Nein! 100 Prozent. Also, äh, beim besten Willen nicht. Ach, da. Beim besten Willen, ach, da. Man kennt's. Man kennt's. So. Ah, okay, okay, okay. Interested. Geh ich nochmal hier runter. Ja. Gehen wir mal wieder raus, jo. Wo bist du hin? Guck nochmal hier tauchen, ob das sich updatet. Niete, mannüchen, mein Gutsa. Wie geht's dir? Alles fresh bei dir? Schön. Ich find's schön, dass ich nicht der Einzige bin, der sich erschreckt. Ich habe mich nicht erschreut. Das kann ich knippen. Das hat man eiskalt rausgehört. Dieses Erschrecken. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Als er gestimmt hatte. Scheiße, ich hab mich fast, fast das zweite Mal erschreckt bei der Ledermaus. Nur fast. So, To-Do-Liste. Ich hab's irgendwie erledigt. Ich hab jetzt irgendwas mit der To-Do-Liste bekommen. Ach so, hier wollte ich... Nicht die Wasserfallhöhle. Bei mir war das so. Bei mir auch nicht, glaube ich. Bei mir ist das... Warte, ich guck mal ganz kurz. Ähm. Feuchte Höhle, glaube ich. Ich hab mich verlaufen. Ich finde euch nicht mehr. Bei dem Feuer hinterher hinterher. Äh, oh, nice. Im Koop. Ja, genau. Wir spielen zu dritt. Sehr, sehr geil. Ich bin extrem gespannt. Jetzt aktuell spielen wir die Story von The Forest weiter. Sehr, sehr geil. Das Feuer ist aus. Komm mal gut voran. Ja, du bist auf der richtigen Pfad. Ich komm zurück. Ich komm zurück, Lia. Hier. Ah, wir haben uns gefunden. Yay. Aber hatten wir noch vielleicht einen Weg, den wir nicht jetzt genommen haben? Weiß ich nicht. Haben wir einen Weg übersieden? Karte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das könnte sein. An dem Kreis. Ich weiß eigentlich... Ich komm mal zurück in die Höhle, da kannst du ja nochmal gucken auf die Karte. Wenn wir zurück an diesem großen Kreis sind, da ist bei mir noch eine Wand, aber dahinter ist ein Gang. Als ob das da weggesprengt werden könnte. Okay. Komm mal in die Höhle und gucken auf die Karte. Weil ich, ähm, wollte eigentlich hier mit euch rein. Das war eigentlich der nächste Plan, aber okay. Ähm... Bei dem Kreis. Wo das in der Insel ist. Wo die Insel in der Mitte ist. Ja, aber das ist ja... Da sind wir ja mit dem, äh, mit dem, äh, Kletterwerkzeug hoch. Ist das das? Ich weiß es nicht. Ja, das ist mit dem, äh, Kletterwerkzeug. Hundertprozentig. Nur ich weiß nicht, ob wir Dead Cave da links lang gegangen sind. Ich kenne eure Karte nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Ähm, hab Daylight, äh, schon mal reingeguckt. Findest du mega cool? Ich hab die, ich hab auch die Grafik schon mal gesehen. Ich hab da auch mal ein bisschen, ähm, bei Streams einmal kurz so stichprobenartig reingeguckt. Sah schon nice aus. Wo ist die Grafik? Also ich bin gespannt. So, ja gut, dann, äh, noch mal rein, oder was? Ich weiß nicht. Äh, 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 äh. Also, so schreckhaft kenne ich keinen einzigen Mensch. Ey, da, Schwede. So. Phantom? Fledermäuse. Denk dran. Ja, wo, also, äh, nicht da lang, oder was? Nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ich hör da Gegner. Hier ist irgendwas. Ich hör Gegner bei euch. Ja. Oder und. Nö. Mal, da waren wir. Ich komme! Ich laufe! Nee, Tim, wie geht's dir sonst so? Ui, nee, das ist schon schlecht. Hier war ja, hier war ja die Ding. Oh, das ist eine richtig schlechte Idee. Ui, okay. Und jetzt rechts lang, hier. Hier. Da waren wir schon. Ja, ne? Äh, äh, da vorne rechts. War die Sackgasse, oder? Ja, warte mal, hier ist doch gar nichts, Lia. Nee, war die Sackgasse. Achso, nee. Nee, da hinten waren wir schon, wo, jetzt, äh. Ja, genau. Aber da haben wir nicht alles aufgedeckt, weil wir da wollten wir nicht weitergehen, weil wir da schon alles kannten. Ja, genau. Ich höre irgendwo. Extrem laut, was? Wollen wir da nochmal... Für die ganze Map, meinst du da, schreit da jemand? Ja. Ich weiß halt nicht, ob wir da hinten links gegangen sind. Ihr könnt sonst mal da lang gehen, wo Kiri jetzt langläuft, und ich komme mal hier eben. Nee, wenn... Ja, ich folge einfach Kiri. Ja, mach das mal. Also ich... Es gibt nämlich hier... Was ist denn das jetzt? Ach da. Tic-Tac-Toe. Finger in den Pö... Was? Hä? Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Ein paar Blumen sammeln. Ein paar Blumen sammeln. Ein paar Blumen sammeln. Flower Power. Ich möchte aber keine Blümchen sammeln. Was? Keine Blümchen? No way. So. Von rechts. Da vorne links. Von rechts. War euch alles ruhig soweit? Ja. Okay. Warte mal. Oh. Kiri, wo ist es denn da? Außenrum, vorm Loch. Entschuldigung. Das... Ja, hier waren wir. Hier geht's noch weiter. Bei euch jetzt? Ja. Aua. Scheiße. Rechtsrum, vor dem Loch. Ja, von hier sind wir gekommen. Rechts, nicht links. Nee, warte mal. Ich hab hier was, glaube ich. Echt? Okay. Wir sind eben nicht runtergegangen bei dem Licht hier. Ja, das stimmt. Hä? Wer hat hier einen Gang angezeigt? Dann ist das eine andere, von einer anderen Höhle vielleicht. Aber waren wir hier nicht? Wo hier unten die Kassette lag? Ja, und dann sind wir nach unten gegangen. Hier ist irgendwas. Ja, nicht rüber, ne? Ja. Ha, rüber gesprungen, genau. Ja, machen wir aus. Wollen wir weitergehen oder wollen wir auf Phantom worden? Ich bin ein bisschen überfordert hier, weil irgendwie... Hier wird mir ein Gang angezeigt, aber ich bin ein bisschen weh. Ich seh ja keinen Gang. Da, wo ich jetzt bin, seht ihr wahrscheinlich auf eurer Karte auch. Meine Fresse. Oder... Ach nee, ihr seid wahrscheinlich in einem anderen Cave jetzt, ne? Was, Baby? Ich find hier keinen Eingang. Ich komm zu euch. Ich komm zu euch. Warte kurz. Macht euch irgendwie, äh, essen warm oder so und dann, äh, bin ich da. Ich hab nichts zu essen, das ist das Problem. Warte mal. Aber ich hab Hunger. Hö? Das soll ein überlegendes Ding gemacht. Ach, das ist der Weg hier. Da komm ich, glaub ich, zu euch gefühlt. Aber dann können wir doch jetzt eigentlich runter bei dem Loch, weil wir jetzt zwar auch Ausrüstung haben oder nicht. Ach so, oh, ich weiß, wo ich bin. Boah, kein Weg mehr. Ach so, hier ist das. In einem Sinkhole. Ah, ich seh euch, wo ihr seid. Dann kommt ihr wahrscheinlich da gleich beim Sinkhole raus. Oh, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, ich bin Weiß ich, ich muss gucken, wo ihr erstmal langgegangen seid. Scheiße. Wir sind rübergesprungen. Runtergesprungen? Äh, rübergesprungen. Wir sind dann den einen Weg runtergegangen, wo die Videokassette war. Ach, da wo es so offen war? Ja. Ah, stimmt. Da sind wir nicht rübergesprungen, sondern runtergefallen. Genau. Da seid ihr richtig sick rübergesprungen. So wie die wilden Weltmeister. Ja. Ist ja krass. Warte mal, kurz. Ich komme, Kirit, ich komme. Spiel gespeichert. Aber vielleicht sollten wir einmal auf Phantom warten. Jo. Spiel gespeichert. Ähm, ja, ich muss erstmal gucken, wo das jetzt war, ungefähr. Kirit, hast du noch Essen? Ich hab Essen. So. Kannst du mir was abgeben? Oh, das ging hier runter. Öh. Dankeschön. Warst du runtergefallen? Was? Ich hab auch noch 30 Blaubeeren. Ui. Nee, da haben wir noch drei, deswegen. Ein Blaubeer. Das ist schön. Ich hab noch ein paar Ringelblümchen, die ich essen kann. Okay. Ich hab auch noch Molotows zum Essen. Molotows, mhm. Ja, Kirit, läuft bei dir. Ganz ehrlich. So, ah, hier. Und dann bei den Zelten, also wenn ich die Zelte sehe, muss ich links dran vorbei, ne? Glaub ich. Ja. Na, ich sehe euren Namen. Ich glaub, es sieht gut aus. Da, wo wir das aufgesprengt haben, glaub ich, ne? Nee. Hä? Wie, nee? Dort, wo die Kletterangst ist, nach links. Ähm. Guck mal, auf meine Karte bin ich... Doch, ich bin doch richtig, oder? Ja. Ja, also doch, ja. Okay, doch, wo wir aufgesprengt hatten. Ursprünglich. Öh. Oh, kein Schaden. Oh, wieder... Oh, scheiße. Wieder alles resettet hier. Munition! Prost. Hm. Ghostick. So, dann müsste ich jetzt in der Nähe von euch sein. Was krummeln hier. Öh. 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 So. Ah, ich sehe es. Okay, dann seid ihr hier lang. Hier hoch, gejumpt. Da liegt, glaube ich, ein Schaden. So, und dann seid ihr hier rüber gesprungen. Ach, nee, sind Tabletten. Ui, sehr gut. Ich habe es geschafft. Sehr gut. Wild. Habt ihr irgendwas aufgesammelt auf dem Weg? Nee, ne? Hier lag ein Bild. Bei euch oben? Bei euch, ne? Wo wir sind. Ja, wo wir sind. Passagier gefunden. Ui, ich habe ein Passagier gefunden. Liste Häkchen. vib. Du. Du. D-D-D-D-So. Cla1-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D QO. Ich